ich habe schon mir du hast mir gerade eine sitzung geschickt aber ich bin doch schon da die einladung habe ich habe schon vor drei minuten rausgeschickt sie sehen es den menschen über fährt ich bin auf dem weg zu baby's werkstatt ja das ist das problem gerade wegen ich hasse das ja der pc hat auf mich abgesehen ich bin da der tötet sich jetzt im pc hat mich angefahren das kommt davon wenn du einfach mich anfasst und dann auf mir stehen bleibs man muss es so richtig epische feiten musik drunter legen wo drunter in dem zeit mit dem mp sie gerade ich habe dann einfach jetzt weggefahren ich habe da wieder erschossen mit dem auto hat wieder erschossen das war so ein schlüssel wieder in ihre firma einladen jetzt war so ein schlüssel mit dem hammer also du musst die einladung annehmen von hier ne marcus aber es geht nicht wenn ich ihn die ganze zeit durch die gegend schubst ich habe ihn mal so richtig geduscht ich habe ihn mal so richtig geduscht habe ich gesagt mehr kannst du nicht irgendwie habe ich das gefühl dass die mission sich immer wiederholen wir tun sie auch dann haben wir alle durch und vor der löschen es gibt drei in drei oder vier glaube ich oder fünf missionen da kriegst du ja die 100.000 am anfang dann kann man spielen dass du machen aber keine haupt mission mehr oder so keine mission dann mache ich spiele ist dann ja ja scheiß kopf ich bin gelaufen ja na klar da haben wir heute dann schaut weiter mit spieleliste tatsächlich so guck da ist doch schon ein bus für kevin ich habe wie gesagt ich habe gekauft arbeit ich kann mir die bombe die war ich kann mir die hand liefern lassen down the way i'll get back to it then ich glaube die karl ist das so für heute machen wir heute mal ein bisschen oder anderes ein team das match ja es aber ein normales selbst mich also ich habe es auch gut zu machen dass ich mal alle kann man aktiv das mit raus doch dann allerdings alle nein also das gibt es jetzt auch wieder billig klarer als feste waffe statt das mal komplett einfach mal das waffenarsenal auspacken kann ja und dann alles bezahlen am ende die ganze money die du verballerst jetzt los er läuft direkt mit einer shotgun durch die gegend ich kotze da wird der fuchs in der henne verrückt der fuchs in der henne oh du legst bei mir ja marcus also was ist denn hier schießt ganzes magazin auf dich du verlierst nicht mal leben förmlich aber du hast dich selbst mit hochgejagt was hast du da geworfen in der annäherungsmine oder was ich habe mich trotzdem noch mitgenommen glaube ich ich lebe noch was du bist bei mir als tot angezeigt worden aua was daneben geschossen was der fuck du standst du rücken zu mir ich fall und bin tot hey nein ich stand genau vor dir ich hab dich sogar angeguckt ja ich hab dich aber ja wirklich gut eigentlich erwischt alter der war gut über die hecke der war geil das war schon fast call of duty style der hat sechs kills alleine nur weil er mit haftbomben rum na ja jetzt hat er doch sieben weil er gerade so überlebt hat der war gut der war gut ich brauche der war gut da war gut ich bin ich bin da war gut du Danke schön. Bitte schön. Der Sack, der hinten in der Ecke steht der. Ich hab dich nicht gesehen auf der Karte, der wurde mir nicht angezeigt. Na ach, das ist ja der Sinn bei dem Spiel, oder? Nein, eigentlich ist es für eine gewisse... Irgendwann bist du ja komplett angezeigt. Nur wenn du Krach machst. Erstens das, oder wenn du Kill-Spitzenreiter bist. Auch deswegen hast du mich vorhin da gesehen. Oh, Mann. Ja. Man sieht dann dieses, wie als wenn du Kopfgeld hättest. Alter. Kommt mit dem Magazin reingeknallt und Baby, ich hab die voll nicht erwischt eigentlich. Ja gut, okay, jetzt hab ich... Weißt du, da kommt doch der Abstauer da hinten um die Ecke. Da kommt doch ein scheiß Abstauber, da hebt nur dein Auto dich noch weg. Alter, du Wichser. So. Wer ist mit mir, soll ich dir, Kollege? Da fällt der mir in den Rücken. Ich fall dir öfters mal zurück, das weißt du mittlerweile. Ihhh, das ist ja eklig. Was bist du? Was bist du? Ich laufe. Klappe. Leg dich zu Füßen. Puppe. Wenn der Drecksack in der Hecke sitzt, weißt du? Du wirst dann aber mit mir angezeigt, du saß in der scheiß Hecke drin, kann das sein? Scheiß. Scheiß Glitcher. Scheiß Glitcher. Ja, ja, ja. War ne Achtbombe, fertig. Ja, ja, in der Hecke geglischt, weißt du? Hä, nein, hä, das war nicht. Für mich sah das so aus, das wird so in der Hecke sitzen. Nee. Das gibt's doch nicht. Baby hab ich doch mitgenommen. Ich weiß, ich hab noch drauf gewartet. Naja, aber gut, ich weiß gar nicht warum, aber wieso hab ich das so noch. Herzhaft. Ja, ja, das macht jetzt wieder diesen. Weißt du, jetzt macht er wieder einen auf Granaten King, jetzt haut er wieder mit seinem Scheiß, mit seinem Scheiß Granaten durch die Gegend hier. Ih Gott hier. das war schock dahinter schießt die ganze doch wegen zwei granaten in die luft trotzdem kriegst du mich richtig ja mit dieser völlig klar geht auch nicht viel du hast ja gut okay ja ich war ich hatte nur noch ein hp oder so ich habe auch nichts mehr leben von dir noch wie wenig wie lange gibt es noch zwei minuten ja übelst lange zehn minuten 10 minuten ist das geringste was geht noch weniger zehn sind und geklaut das staubt ab Ja, äh. Sind wir die nächste Auto mit? Boah, du Drecksack mit einer scheiß Sushi-Rolle. Sushi-Rolle? Was ist meine Sushi-Rolle? Hä? Wie dumm war denn das schon wieder? Erwischt. Aber so gerade, wollt ihr mit der Karre ankommen, weißt du? Ah, nein. Der wäre ja zum Auto-Fahrer. Nee, ich hab den schon rausgeschossen aus dem Auto. Der war auch nicht schlecht, oder? Du sagst, wenn ich nachladen musste. Ja, ich musste auch nachladen. Das war der erste Schuss nach der Nachladung. Ja. Ah. What the fuck? Was? Alter! Das hat Bibi bei mir eben auch schon gemacht, auf das Ding geschossen, den ich geworfen habe. Na, du hattest das noch bei mir in der Hand. Da fährt schon wieder Auto. Gott, der Hub da geflogen. Einmal. Einmal. Ja. Aber ich glaube, ich habe sogar noch überlebt. Gerade. Ist nicht wie die Reif war gewesen, ja. Nee, hätte nichts gebracht. Alles klar. Aber trotzdem war eine lustige Runde. Ah, eine anstrengende Runde. Ach, was? Fühl dich nicht so ein. Hab dich nicht. Ja. 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 Ja.